Rückkopplungsschleife gestandet Da tun wir doch mal uns alle Feuer geben Vitalität wiederhergestellt Ist das jetzt für der Bubble von uns oder ist die von jemand anderem? Wir verfeindlichen Ballen Du verschwindest Und ihr geht da raus Was gibt's denn da? Ich will ja nach da irgendwo glaube ich Oder? Wo will ich hin? Okay Vielleicht will ich aber nach da Umkehren Rückzug Angriff Rückzug Den habe ich aber schon Aber wenn ich jetzt da will ich nicht Schießt den dort auch nicht Hört ihr auf! Aus! Aus! Jetzt Jetzt ist aber gut Da ist Da ist Eisen Hin Bin ich nicht so langsam Eis, 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 Eis So wird's Ach das war doch der Eingang zu den Zu denen ihrer Höhlen Ding da! Gut, 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 gut Go! Go! Da! Da ist ein Wasserfall Ding Wie komme ich da hin? Ein Feind lang hüpfen wahrscheinlich So schräg Zeig mir alles! Oh, wie ich da da stehe Traumhaft Man hat mich vergiftet! Das passt jetzt gar nicht! Was sind das da jetzt? Wenigstens war das jetzt der ultimative Beweis, dass das die Ingame-Grafik ist Hat ja auch was Oh oh! Ah! Wie machen wir hier denn? Gruppen-Event Gruppen-Event Da! Dann gehen wir noch hin, hm? Au! Ich schluck euch ohne zu klappen! Ich bin der leibhaftige Tod! Gerade ist der leibhaftige Tod! Ey, hast du mich gerade durch die Gegend geschwitten? Hallo, wo bin ich? Dir schmeckt ja schrecklich! Hast du mich gerade gegessen? Wiederbeleben? Das ist erfrischend! Okay! Leben wir einmal wieder! Lass mir noch ein wenig was übrig! Der braucht so lang zum heilen! Unglaublich! Warum braucht er nur so lang? Ich bin mir noch ein wenig was übrig! Der braucht so lang zum heilen! Unglaublich! Warum braucht er nur so lang? Und zwar nicht... Stehe ich mittendrin? Ich glaub schon, ne? Für höhere Gerechtigkeit! Ich bin mir noch! Ihr schmeckt ja schrecklich! Jetzt wieder ein Fressen! Rückkopplungsschleife gestoppt! Wir sehen der Adrenalin! Mann, ja der Verteidigung! Yeah! Ich weiß nicht, was das ist! Das war cool! Und? Das war's! Nicht mehr! Na gut! Ich hab's geschafft! Das ist die Hauptsache! Gibt's hier noch was? Gibt's hier noch was? Na? Gut! Okay! Schwimmen wir hier mal entlang! Wo auch immer wir hier hinkommen! In eine Grotte! Hervorragend! Da wollte ich ja definitiv nicht! Ja, warum? Superlachs! Was war zu viel? Ey! Lass doch auf! Ha! Ist ja lustig! Wo soll ich mir das waren? Okay, wo sind wir jetzt? Ach, da sind wir jetzt! Okay! Ja, ja! Komm! Lass mal mal rum! Event! Das ist zu weit weg! Das Event ist zu weit weg! Ähm! Da wollte ich jetzt eigentlich hin, ne? Naja! Dann können wir ja mal da entlang an den... Hallo! So! Lebenspunkte erhöhen sich. Apropos. Das sehe ich doch. Aha. Was haben wir denn jetzt? Ihr erhaltet Ecke, wenn eure Lebenspunkte 50% erreichen. Okay. Da haben wir aber noch nicht genug. Na, dann müssen wir erst noch eine zweite hier auswählen. Damit dann da was freigeschalten wird. Okay. Ist das? Böckerliche? Ne, das ist in der Fall. Kaninchen. Sagt der Ecke, was ist denn das hier für eine Hobbelwiese? Das ist ja fast schon widerlich schön. Und wo ist die Blume, Pflanze, was ich hier pflücken will? Da, Kräutersprössling. Ah, Vorsicht! Böse Grauohren überall. Kann sie riechen. Grauohren. Böse Grauohren. Wo? Löwenzahnblüte. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Das ist ein Häschen-Klein-Mut. Du! Hörsch! Wow! Habe ich dich elektro-geschockt, oder was? Seine Arme! Was ist das hier? Frinz-Stifter-Offizier. Nein, da ist bestimmt irgendeine, irgendeine Super, äh, irgendwas. Ich weiß nicht. Oh, da ist auf jeden Fall 24. Seht, was ich gefunden habe. Ja, ja, ich bin ganz erstaunt. Oho, oho, da muss ich hin. Speer, 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 Speer. Immer zu den Speern. Die zeigen einem so schön die Ortschaft, wo man hin kann. Rückzug! Ja, bevor wir jetzt hier weitergehen, machen wir lieber mal einen Rückzug. Da bin ich ehrlich. Und da haben wir das Gebiet entdeckt, und davon ist es Speer. Was seid ihr für welche? 24. Ist ja gar kein Problem. Aber das ist verfehlt. Es gefällt mir schon, wie man sich das durchwirbelt und so. Da muss ich hin. Ja, ja. Ich fühle mich riesig. Ein gerissenes Fell. Oh, und da ist ja gleich einiges zu erleben hier. Im 24-Gebiet. Rückkopplen, Schleife gestattet. Au. Das tut ja schon weh, wenn der drückt. Vitalität wiederhergestellt. Ist das alles? Na. Hätte ich schon gedacht. Okay. Du. Diese Lande sind wild und frei. Wir geschaffen für Experimente und Entdeckungen. Techies Labor, Ultrametamagikale, befindet sich im Nordwesten. Die Abtei Durmand hat ein Lager im Südwesten. Von dem aus sie die Ruinen von Forkoga erforschen. Beide Gruppen könnten eure Hilfe sicher gut gebrauchen. Ja, sicherlich. Sicherlich könnten die das. Aber ob will ich, also... Aschenbecher, komm. Komm, nimm die. Schluck die Zigaretten. Wie kommt man da hoch da? Oder? Bestimmt hier. Nicht hier. Hätte ich jetzt schon erwartet. Hm, gut. Ah, hier. Na? Ha! Komm, da geht's doch hoch. Jetzt tu mich nicht veralbern. Hallo? Na, also. Wir gehen jetzt. Wir laufen. Ja, schnell. Ja, okay. Ist ja schon schön. Ist ja gut. Ist ja alles. Oh. Was ist das für ein sagenumobener Ort? Hui. Schau mal toll aus. Ausschauend tut das toll. Und da unten, die machen den... Nein! Ich mach' den Grab, da muss ich schnell hin. Nein! Wo bin ich jetzt? Dann... Da helf' ich doch schnell. Yeah! Jetzt schnell... Nix mehr weg hier. Was sich tut da für eine Raptoren-Meute? Nichts mehr weg, nichts mehr weg hier. Okay. Rückzug! So, wo was hin denn jetzt überhaupt? Die 21er-Dinger. Das da ist... 24. Das heißt, ich muss da mal da hoch. Ja. Ich muss da weiter hoch. Habe ich da in der Nähe vielleicht ein... Ja. Okay. Go! Muss ich nicht wieder da durch die ganzen pampigen, bösen Viecher durchlaufen. Mach' den ihr da. Ich bin ja 21, ne? Und ich laufe, glaube ich, mit Stufe 15 Sachen. Bleib still und bleib unten. Hier wimmelt es vor Banditen. Ja? Warum? Warum soll ich denn ein Stößer? Meldet alles Verdächtige treiben. Ja, und? Da kann ich doch jetzt einfach neu. Wie doch wurscht. Ah, hey! Was bist denn du? Rückkopplungsschleife gestartet! Okay. Und du bist ein Sklave? Juhu!